Wir wieder live. Ja, da sind wir wieder. Und er. Und er. Jetzt müssen wir diesen komischen Kell besiegen. Und zwar müssen wir die Gegner auf seine Mattscheibe draufschießen. Also gegen seinen Face. Das kann ich nicht. Ich hab null Leben. Ich muss mich wieder... Du kannst einfach abwehren und ich mach den Rest. Welche Taste muss ich denn da drücken? Also ich bin auf eine Strecke. Hauptsache du drückst oben keine Taste, weil gerade irgendwas ist. Es ist safe-dated hier. Erster zu erster ist wegen die Scheibe. Ist egal, hauptsache ich jetzt nicht. Was denn jetzt schon wieder? Warum hast du gedrückt? Ich muss doch wieder mich schreiben. Achso. Du weißt denn auf welche Taste? Ja auf die Start-Taste, Madame. Die wo rechts oben ist. Ja. Mach ich doch. Das ist mal rechts oben. Verfallt. Scheiße. Jetzt hast du wieder geladen. Ich hab's gemerkt. Ja, äh. Mal schauen, ob wir das Problem hier beheben können. Weil irgendwie... Ich hau jetzt gerade... Okay, jetzt haben wir jetzt glaube ich irgendwie gab's gerade ein Problem. Ja, aber wir haben Spiel rum. Weil wir haben... Als wir ihren Controller konfiguriert haben... Ähm... Haben wir ihre Start-Taste auf eine obere Taste gelegt, weil sie nicht so einen Start-Button hat. Und irgendwie, als sie da drauf gedrückt hat, weil sie gerade gestorben ist, ähm... Hat sie geloadet? Ja. Also hat sie den... den State geloadet? Weil es hält sich. Ich versteh das nicht. Wow. Und das haben wir jetzt einfach auf die Tastatur... gelegt. Ich muss das auch mal schaffen. Greif ihn mal runter, ey. Hallo, ich brauch noch einen zum... zum Dingsen. Achso. Äh, ne, ne. Passt schon was du machst. Schau, da hab ich noch einen dagegen geschleudert. Und da schleudere ich noch einen. Und das war's auch schon, Leute. Okay. Mir haben's nicht ich geschafft, sondern du. Aber er fliegt noch weg, dieser Blödel. My patience is wearing bla bla bla. Ich konfigurieren. From which you will never return. Er will uns das Insight-Chicken, oder was? Nein. Ne, keine Ahnung, was er machen will, ehrlich gesagt. Taylor Taylor. Auf jeden Fall ist das ein Blödel. Ein Blödel? Ein Blödel. Ein Blödel. Ein Blödel. Ah, Alien 2. Oh, jetzt kommt dieses Saurus-Zeug. Da kann ich mich noch gerade dran erinnern. Oh, ja. Mir fällt's wieder ein. Ja. Oh, die machen eh nix an. Die ersten. Na, die fliegen rum und naja. Okay. Und denk dran, ne? Später. Ja. Weil du Game Over bist. Ich will nur dran erinnern. Ne, ne. Du wirst jetzt hier nicht mehr Game Over. Ich brauch dich ja noch. Taylor Taylor. Die machen noch nix irgendwie. Ah, die kommen von oben runter. Ja. Und die kriegen jetzt erstmal von mir Abba auf die Gorschen. Oder finden sie aufs Gorschen. Du? Kannst zur Haufe dein Shampoo benutzen. Ja, du kannst mal hause gehen. 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 Alte Scheiße. Entschuldigung. Ja. Dieses Spiel ist in Logistik gebadet. Ja. Und da ist ein Spray dabei, ey. Die griseln. Ist das immer auf dem Spray? Nee, aber das ist ein Spray. Weil das so ausschaut. Pfefferspray. Ja. Danach kommen noch mehr Deppen, ey. Was? Gehen wir noch da rüber? Na komm, ist das wieder da hinten wieder? Ja. Bisschen gefuchste Vieche echt. Hä? So. Wax. Die kannst du nur umhaben, wenn du diese Spezialtechnik machst. Wenn du die beiden Tasten drückst. Ja. Diese hier. Schau. Wie geil. Eistoppte oder der? Die Sprungtaste und die Haut. Die Kampftaste. Ja. Ah, jetzt kommen die mit dem Kampfschul. Boah, jetzt kommen die hier mit diesem Teilnamen oder was? Nein. Und er hat mich Dankeschön für die Freien. Das sind wahre, das sind wahre Freunde hier. Ja. Die Sterben. Okay, einmal. Ich bin einmal gestummt. Wow, die schießt jetzt von oben in die Sachen. Oh ne, kennst du die noch? Oh ja. Die sind vielleicht dumm? Es gibt Sachen, die wir nicht mehr vergessen. Es gibt Erfahrungen, die man nie wieder vergessen kann hier. Da hast du recht, Madame. Ja. So Mädels. Ah ja. Wow, jetzt kommen wir noch die Bombenleger, die Terroristen. Hier sind Moslems. Ohhhh. Nicht alle Moslems sind so. Ja, ich mein halt, Osländische Habensmänner. Al-Qaida-Pieter hier. Ne, ne. Die haben keine Vorurteile. Die haben nie im Leben hier. Aber die sind schon. So viele Bombenfieter, die legen echt einer auf den Sack. Warte, warte. Was hat's jetzt... Ja, ja, aber warte. Ich hol doch aber her, hier. Erstmal los. Hier. Wow, wow, wow. Check it, wow, check it, yeah. Hier her. Hier kommen wir mit. Schade. Jetzt kommen die Bombenleger. Jetzt kommen die Bombenleger. Die Musik ist sowieso genial. Sehr geil. Ich find sie cool. Hier kommt ein... Ach, weißt du welcher Endgegner dann hier kommt? Wer ja. Wo ich Overgrown bin, wo ich's alleine gespielt hab. Und zwar der, wo man nur von hinten treffen kann. Wer ist noch? Ach so. Da bin ich... Ja, der Buckelmensch. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde jetzt zur Plattform, zu einem Pfannkuchen werde ich jetzt ermatscht. Pizza, Pizza! Ich bin Deutsche Pizza. Deutsche Pizza. Deutsche Pizza? Für das Meer noch ist fast das zu viel. Ja. Ich bin aber einmal schon im Himmel. Genau, ja. Du bist einmal schon im Himmel. Oh nein. Oh nein. Auferstanden. Die Pörbeline ist im Himmel. Die Pörbeline ist im Himmel. Bin ich nicht sexy? Was? Bin ich nicht sexy? Ich dachte noch. Scheiße. Gerade, ja. Pörbeline ist sexy, ja. Ja. Oh ja. Pörbeline hat der Ehrreise. Ach, hier bin ich. Kannst du den Zuschauer? Nur nichts mitgekriegt. Ah! Gollum! Gollum! Ey, die musst du von hinten. Weißt du noch, der eine war Funnel und der andere war hinten. Ah ja. Your History is Swimballs. Was auch immer. Schleimbälle oder was? Von hinten? Kann ich berühre sein? Ich bin gleich Buckel. So. Ich mach Buckelmensch. Mach Buckelmensch. Mach Buckelmensch. Scheiße, das ist... Man sieht ja jetzt schon Farbbammel. Ich bin tot. Von hinten. Ja. Warte mal. Ich geh mal... Eine Seite. Ich geh du nach vorne, ja. Und ich hab ihn von hinten. Ja, ja, ja. Perfekt. So muss man da behalten. Ja, ich bin aber nie getroffen. Ach egal. Mach mal schauen. Mach dieser Pödel hin. Du musst auf die eine Seite. Und ich auf die andere. Ja, ich bleib hier oben. Ja, ja. Ich geh mal du runter. Ich geh mal du nach oben. So, ne? Ja, genau. Buckel ist nicht weg. Kann das sein? Wir treffen nicht weg. Wir treffen nicht weg. Wir treffen nicht weg. Jetzt haben wir ihn ja getroffen. Bussi. Ja, genau so. Den hasse ich. Ich hasse dich. Ich bin scheißzahn. Sollte mal zum Orthopäden gehen, ja. Buckelmensch. 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 Die Fußmärkte sind 10 Meter lang. Gegen den Winde. Aber ich steh mich hier in einer Tur gerade, weil ich nur noch lachen kann und die einfach nur Fohlenmensch. Oder Scheiße baue. Oh Gott, wenn ich mir immer siehe, der Mundgeruch durch den bisschen Hunger. Scheiße, meine stirbst du mir. Ja, ich auch, du auch. Ja. Ja, du bist aber schon gewöhnt. Das ist Feuer. Asche zu Asche statt zu sterben. Ist tot, das Flash jetzt... Flash... Flash niet real. Wie viele Leben haben wir hier verloren? 3 oder was? Ich hab schon einmal Kunden. Sorry, Turtlesauros, clear! What is clear? Heidi ho, wir sind clear! Yes! Heidi ho! Oh Gott! Dann müssen wir gleich wieder... Schau wieder, oder? Ne, hab ich schon gemacht. Behalte ich mal hier und bin gleich wieder auf Stopp. Skull and Crossbones. Also... Das seht ihr aber erst im nächsten Part. Oh! Tschüss dahin! Tschüss! Tschüss, was auch immer. Nichts verraten.